Thema Einlagenversorgung. Ich möchte euch mal meine oder unsere Sichtweise dazu erklären. Wir haben natürlich mit dem Thema an sich logischerweise als Geschäft zu tun. Das heißt, es gibt viele Leute, die sind Einlagenträger, sind damit versorgt worden oder werden damit versorgt. Ich möchte einfach mal euch aus meiner Sicht erklären, was man dabei beachten sollte. Also ganz wichtig ist einfach, wenn ihr einen Laufschuh schon habt, dann immer den Schuh mit zum Orthopädie-Schuhmacher mit hingenommen, weil die Einlegesole, die drin ist, wird dann natürlich mit der Einlage ersetzt. Und ganz, ganz wichtig, dass die Einlage natürlich entsprechend halt auch in den Schuh hineinpasst und auch von der Länge und von den Proportionen genau euch auch weiterhilft, muss ich natürlich genau in den Schuh, den ihr gewohnt seid, auch mit eingepasst werden. Das ist ganz, ganz wichtig und beachtet das. Braucht ihr neue Laufschuhe, ist einfach der Laufschuhkauf eigentlich der wichtige vorab und dann wird entsprechend die Einlage an den neuen Laufschuh auch entsprechend angepasst. Was sollte man beachten beim Thema Einlagenversorgung? Eine Einlage ist halt immer nur so gut wie auch der Schuh, der darunter sich befindet oder die Schuhsohle, die sich darunter befindet. Es ist ein Adapter mehr, also ihr stützt ja entsprechend oder dämpft nochmal ein Stück mehr, als was es der Schuh schon macht. Also eine gute Einlage macht einen schlechten Schuh nicht besser, sondern ihr braucht halt immer entsprechend den ordentlichen Schuh dazu. Denn der Schuh, den ihr eventuell erwerbt oder den ihr vielleicht schon gewohnt seid, den sollt ihr auch ohne Einlage laufen können. Eine Einlage ist eigentlich für mich einfach ein zeitweiser Adapter, der weiterhilft im Beschwerdefall oder wenn ihr vielleicht einfach bei gewissen Einheiten, Laufeinheiten einsetzt, wenn ihr etwas länger unterwegs seid. Aber ihr sollt es ja auch wieder rausnehmen können und auch das dürfen, weil im Prinzip ist eine Einlage auch so, sie lässt halt weniger natürliche Bewegung zu und sie muss dann entsprechend vielleicht auch irgendwann mal wieder, oder man sollte sie auch irgendwann wieder ersetzen oder aus dem Schuh herausnehmen.